Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Tanks. Heute sitze ich mal im Schweden, im... ja, ihr wisst ja, wie der heißt. Mit mir dabei einmal der Düsseldorfer, ebenfalls im Schweden, moin. Moin. Und der Turmenius im Cromwell Bay, moin. Moin. Wir sind hier auf Pilsen, laut hier, und gucken mal, was wir trotzdessen so anstellen können. Ich hab 200 Ding. Jetzt kommen wir. Bin offen. Neut o. Ich weiß jetzt nicht, warum ich da nirgendwo was getroffen habe. Wahrscheinlich war da noch ein Haus oder so. Das ist erstaunlich, bei mir hat die Lampe gar nicht funktioniert. Ne? Ne. Oh, der hat mich auch gleich beschossen, also der hat mich schon hochgemacht. Der ist wieder offen. Wer macht mich denn hier auf? Der hat einen X wahrscheinlich, oder? Der 1375? Guck, geh ich hier auch auf? Da war der 1375. Der, gehen voll durch ihre Panzerung. Moment, aber wir gehen auf den M10. Ich kann grad Panther von hinten beschießen. Ja, dann mach das erstmal. Schade. Hier kann ich auch grad von hinten sagen, aber die holen jetzt alle wieder auf die Panzerung zurück. Schiri, Panther, und irgendwas anderes. Ja, sorry. Nee, kein Ding, kein Ding, der M10 ist auch mal alles. Das war mein, meine Priorität. Wie ist denn die Panzerung, kommt Schweden, so? Gar nicht, es gibt keine. Der hat sogar ein bisschen weniger als ein Chrom. Der könnte ein bisschen etwas stärkeres Triebwerke brauchen. Der würde ruhig ein bisschen agiler sein. Also bleibt die Chromwelle King im Ring. Ja, bei den Mediums auf jeden Fall, ja. Und auch auf der Stufe. Ich mag den Schweden trotzdem sehr gerne, muss ich sagen. Ja, ich auch. Mir gefällt der. Ich finde den lustig, ja. Ja, ich mach den auch. Mit dem Autolader kann man gut üben, wenn man mal so einen T57 Heavy kauft, damit man schon mal einen Autolader in der Hand hatte. Und ich finde ihn besser als den 6er Tschechener, den Skoda T25 ist das, glaube ich. Vor allem wegen dem Wiegeturm auch. Achso, die Art, die ich heute hatte, habe ich gar nicht gehabt. Ja, die müsste aber links stehen. Ja. Jawohl. Oh, da haut die ab. Wo will die denn hin jetzt noch? Zu mir. Und wenn man nicht zerstört wird, ist der, macht der, wie ich. Ich finde eigentlich ganz gut gelten. Ja. Na, ich loote hier doch ein großer Teil noch. Ja. Kann sich sehen lassen, finde ich. Du hast noch immer keinen B2, ja. Du hast noch immer keinen B2, schämst du dich gar nicht? Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.